hallo meine zuschauer und willkommen zurück zu einer weiteren folg gta zusammen mit kalli und 10 minute 2 motivation ist natürlich sehr groß wieder wir werden jetzt die wasserwerfer vorbereitung machen da die andere komplett scheiße ist datenrettung so ziehen bis eingeladen doch also ich bin auf jeden fall wieder der typ der fährt und ihr beide seid die retter warte noch mal ich muss radio ausmachen und munition kaufen wo meine munition ist ja günstig 24 dollar stürmt ich muss ja nur jetzt alle kaufen kostet mich 10 100.000 wir haben 75 dollar ich weiß und ich habe nur 78 dollar so faran erzieht mir da musst du mal einmal rüber gehen ich bin bereits also ich lösche und ihr das dann schön alle abknallen und zu zweit seid ihr besser nicht aussteigen also erst muss man von innen alle töten weil das fahrzeug ist besser gepanzert guck mal ich habe für schutz vor korona ich bessere ich auch jetzt habe ich mein fahrzeug glaube ich ausgewählt ach ne wir haben ja den wasserwerfer du kannst auch gerne versuchen vorne einzusteigen krieg den nicht hin ich bin ein baseballschläger warum ist meine rosa so nass oder ne sie ist nicht lustig ganz so 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 zwar was war es ist es die die das das die Kategorien überlastet auch diese gerade in der Luft gewesen die die Dikotierung ist jetzt komplett ähm ah jetzt ne jetzt schon wieder what the heck ok das Video ist wahrscheinlich jetzt gerade komplett am rumlegen merken wir uns Minute 3 50 ne jetzt schon wieder hä was ist denn jetzt los ich hab alles wieder normal zurückgestellt vielleicht weil du fährst ok anscheinend wegen der Grafik warte mal na der Wasserwerfer hat so viel Wasser warte mal ganz kurz Grafik der Wasserwerfer der ist Wasserwerfer weil er Wasser wirft und Schaum danke mein Gott aber erweiterte Grafik hier aus hab alles aus jetzt ja hm naja hm er wirft Schaum hey er hat nur noch Wasser Junge wir können ja drüber streiten hä 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 was ist was ist hä 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 aber Junge ich sehe nichts Stress Stress ey es lag schon wieder ich weiß nicht warum es liegt also sorry tut mir leid schon mal dafür wir können jetzt gerne alle mit Stein abwerfen oh Gott euer Internet warum äh weil wir komplett weil wir komplett auflegt ok ok wer das bildet sich muss mich auch bei alter ja ok ich merks gerade geh mal in die Ego Perspektive und guck zu mir ich kann nicht nach ah ja was ist hä oh Gott alter was ist was ist was ist alter ich komm mit fast person muss ja nicht so viel laden deswegen ist das eigentlich besser ich kann nicht keine Waffe auswählen ich kann nicht keine Waffe auswählen wow was war das denn wir haben nie was überfahren wir haben ne Katze überfahren du hast die Scheiben kaputt gemacht ach so ich hab verstanden wir wir brauchen die Heide ich hab gehört ich hab ne Katze überfahren oh ah naja hier gehts also war ganz gut ne ja Jo was wär der Typ denn da vorne darüber möchte ich einfach nicht reden ok haha ihr habt nichts gesehen hab ich wirklich nicht Alter warum lag das denn jetzt es tut mir echt leid mann ich weiß auch nicht warum oh damit ist die Cyber komplett kaputt so ist es用欠 집에 so schu- 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 Schuh- Schu- 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 Schu salud heute Ich schreibe jetzt nicht kaputt. Nicht die Scheibe kaputt machen, wir brauchen die. Ansonsten werde ich direkt getötet. Ja, das heißt, ich kann sofort getötet werden. Alter, bitte, gut die Einstellungen, ne? Ich habe die auf allerhöchstes, was geht's. Ich kann es nicht noch höher schrauben. Oh, die Seiten sind auch noch weg. So, Red Gamer, viel Spaß. Warum? Weil du keine Scheiben hast. Ich sehe nichts. Wir haben uns gerade nicht hingelegt. Du hast uns hingelegt. Ich wollte eine kleine Abkürzung nehmen. Das ist doch keine... Das ist eine Abkürzung. Woran ist das denn Abkürzung, wenn wir einen längeren Weg fahren müssen? Wir fahren jetzt hier schon so. Dann ist es keine Abkürzung. Warum ist der Typ der Fahrer? Ich verstehe es nicht. Ich habe den Weg letztens mal nicht genommen. Ich wollte ihn mal ausprobieren. Das nächste Mal bin ich Fahrer. Oh ja. Alter. Alter. Wir brauchen auch ein bisschen Spaß hier, ja? Ach das auch. Das war ein Restaurant. Ich dachte, ich habe es ausgemacht. Äh, Gott. Alles ganz normal. Äh, Gott. Innen ist so eine kleine Kamera in der Mitte. So sicker, ich höre nichts. Oh, wir müssen einmal hier über den Berg, glaube ich. Wenn du jetzt hinterdrücke, bist du aus dem Channel gekriegt, macht die Scheiße aus. Hast du non-stop-blob an? Ja. Das heißt Pop und nicht Blob. Non-stop-blob. Das ist jetzt wirklich eine Abkürzung. Nein! Wenn wir einen längeren Weg fahren müssen. So, jetzt haben wir nur noch 1,5 Kilometer und gleich noch ein paar hundert Meter. Ja, ja. Siehste? Äh, hier ist eine Wand, ne? Da kommen wir nicht durch. Da hinten. Es ist ein Zaun. Oh, scheiße, es ist ein Zaun. Okay, ihr ballert, ich flösche. Ja. Okay, you're coming up on the first burn site to stop the fires and get the files. Okay. Power wrench. Jali, nimmst das weiter. Da ist. Der hat abgepalert. Ja, ich seh's nicht. Ah, je. Ah, scheiße, wo sind die? Okay, wo sind die? Okay, weisen scheiße, wo sind die? Hinter mir. Ich denke, er wird jetzt mal überfahren. Alle rein hier. Oh, stimmt. Das ist voll gut, dass du das Auto hast. Eigentlich voll gut, dass er das Auto hat, ne? Jetzt sieht man, behalte das Auto. Ne, nur einer kann das bedienen. Naja, deswegen behalte es. Ich weiß, wo ein anderes ist. Ja, da, wo wir gleich hinfahren. Wir werden gleich... Nein. Äh, links? Ja? Ja, siehst du schon? Warte mal auf uns. Ich muss da hinfahren. Wir haben nur begrenzt Zeit. Oh Gott, ich sitze hier. Ja, okay. Also wir werden jetzt noch zur Zugstation müssen und dann durch... Nein, nein, schau. Diese Autos sind voll smooth. Die mag ich. Auch von vorne? Jedenfalls. Die sind auch richtig gut zu steuern. Mit Wasser kann ich da erst was anfangen, ne? Warte es euch gegenseitig ab, das ist gut. Ach, danke. Hast du immer noch einen Wegpoint? Ja. Okay, gut. Alter, ist der Autos nicht da mehr, ne? Ja, die Deportierung ist die ganze Zeit im Arsch hier. Nicht im Arsch, sondern im Arsch. Fahr! Dankeschön. Du musst mich mal hier. Leute, die fahren... Alter. Die auf mich zufahren. Ich hab' ein kleines Problem hier. Okay. Ich werde verhippen, Alter. Wir müssen uns trotzdem dreimal machen. Jetzt ist jetzt drei Feuer und gleich ist jetzt vier Feuer. Und beim letzten kriegen wir jetzt... Ne, hier kriegen wir ein Checkpoint gleich. Ja, das ist unser Checkpoint. Oh, ne. Wir lassen uns mal wieder hier durch. Mission verlassen? Gerrit, zurück zu deinem Team. Hä? Hä? Ihr wart doch direkt neben mir. Der Fahrrad... Ihr wart direkt neben mir. Ich war in eurem blauen Kreis. Das Fahrradteam hat versagt. Ich hab, äh... Neustart. Ich glaub, wir müssen im Wasserwerfer sein. Das kann sein. Ich war... Ich war in eurem blauen Kreis. Da hab ich extra drauf gedacht. Naja, haben erst 13 Minuten um. Nicht so schlimm. Haben noch 20 Minuten. Das ist ja das beschissenste der Welt. What the frick? Naja, ihr könnt ja vor Ort dann eins von diesen Autos nehmen. Ja, aber wir müssen an deinem Fahrzeug sein. Naja, aber... Naja, an der Fahrt. Da sind nicht allzu viele Gegner. Das kann man auch mit Drive-By oder... ...einfach so machen. Okay. Now I need you in town. There's another Burn-Site. So, komm rein, Steaming. Wir müssen die hier nicht. Das wollen wir gar nicht einfach wegfahren. Ich war's. Boah, lass sie doch einsteigen, Junge. Wir haben begrenzte Zeit. Ich fahr ja mal los, wenn die kurz am einsteigen sind, weil das dann direkt geht. Ne, nicht immer. Wenn du es nicht richtig climbst, dann. Müssen wir die Pflanzen wässern hier. Jetzt wär... Ja, und die können, äh, schießt die Fahrer ab. Schießt die Fahrer ab. Ja, mach ich. Hapsch. Hinter uns kommt noch einer. Alter, was will die blöde Dekotierung? Ist doch nicht wahr. Ja, ich bin am Baum vorbei. Jo, hör halt auch mal, mich drauf zuzufangen. Ja, müssen wir sonst machen. Ja, vorbei. Guck mal. Dieser schwarze Aussie da. Aber der hat uns nicht angefangen. Solange er uns nicht anfährt oder uns lustig. Ja, ist okay. Unsere Sirenen sind kaputt, noise. Aber trotzdem gehen alle zur Seite. Alter, die sind perfekt. Wir sind ein Flertransporter, natürlich. Funktioniert die Reifen nicht so schnell. So, jetzt geht ihr hier raus, am besten und schnell. Nein, erstmal bleiben wir noch drin und schießen die ganzen ab. Oh, ich lösche doch. Okay, eins hab ich fertig. Egal, die schreien mich richtig an. So, zwei da fertig, wo der dritte ist hier vorne. Ernst? Hä? Hast du Granate geworfen? Der Fahrer hat das Team versagt. Das Fahrer-Team hat versagt. Hä? Hä, was hab ich denn jetzt falsch gemacht? So weit weg. Warum seid ihr denn immer so weit weg von mir? Ich fahr ja direkt durch, die Feuer zu löschen. Toll, jetzt wieder von der Hälte starten, Alter. Hilfe. Ich, 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 ich lösche ja die Feuer, nur weil, als ich das mit dir gemacht habe, war das auch... Ja, du wirst ja nur unserer Nähe bleiben. Ja, du wirst ja nur unserer Nähe bleiben. Ja, weil die schnell, wenn wir es machen, desto schnell können wir die abhören. Ja, aber desto schneller du vor uns wegfährst, desto schneller scheitert die Mission. Ja. Ja, am besten bleibt ihr im Auto, bis ich alles gelöscht habe und dann... Nein. Du löscht eins, dann gehen wir raus und dann schlappen wir uns das. Und dann gehen wir wieder rein. Schalten ein paar per Drive-By aus, äh... Und dann, äh, können wir schon raus. Wo ich es gemacht habe, war richtig easy. Das sind, wie gesagt, nicht so viele Gegner. Aber beim dritten wird es schwieriger. Hm. Wartet mal. Wartet mal hier. Er schießt erstmal alle. Okay, dann nicht warten. Nicht so umsacht, zu durchfahren. Ja. Äh, wieso habe ich keine Sireen mehr. Doch, scheißegal. Ey, da. Halt. Schießt sie auch mal? Wir schießen doch die ganze Zeit. Ich so. Jetzt sieht man von hier drin nicht. Und drinnen, bist du in der Ego-Perspektive? Nö. Ja. 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 Ich bin schwer. Ich bin Schwertransporter, aber... Und kann ich... Ich hab schon dünn. Äh... 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 nun übersehen übersetzt sein die Welt übersehen sein er stellt die Entstehung keine schnellere mehr, ich bin schon auf Ultra-Fast es wird auch länger, glaube ich, gar nicht checken so, nehmt mal das Auto am besten und fahrt schon mal ich muss einfach nur ne, ihr müsst diesen blauen Kreis bleiben also bleibt einfach nur in diesem blauen Kreis am besten und schon haben wir es okay, habt ihr sie? ach, da ist ein ich habe das zweite schon direkt ja, ihr müsst ja nur in diesem blauen Kreis bleiben ja, aber wenn du weiter wegfährst, umso schneller geht die müssen noch vorbei ja, wenn du schneller als wir bist, äh, dann ich hab's perfekt, alle einsteigen jetzt hab ich täglich bekommen jetzt kommt er mit dem Slut und wir sind weg, jetzt haben wir den Checkpoint auf ja okay, wir haben noch zwölf Minuten haben die DMG schon dran? ne, doch haben wir ja, ich hab's ich hab's ich hab's was machst du fahrgab fahrgab hättet sie das mit der Zerstoff der Schien fahren ja, weil davor war eine Straßensperre, aber jetzt ist keine mehr ja, aber gibt's besser ganz wieder auf einem normalen Weg fahren oh, so groß ich mach' ich da vorne das ist ja auch schneller, wie oft noch ach, Gott Pally, bitte nix fahren, Herr alter ja ja was wollen die denn jetzt? ab dem Fahrer ich hab grad nur auf Ausfahrt verpasst die fallen ja moin hm so, jetzt kommt das schwerste von A hin ja ja, logischerweise aber zu dritt sind wir besser dran ja, weil ihr beide schießt aber es ist schwieriger also da haben wir letztens komplett gescheitert ich hoffe mal dass wir's hinkriegen hinkrieg hinkriegen, genau hinkriegen hinkriegen hinkrieger? jetzt wird der jo alter scheiß Autofahrer ist so der stellt sich direkt vor mich ok so, hier sind jetzt hunderte ja da vorne sind schon welche so, da ist jetzt der erste Wagen ok eine, einen habe ich ein? ja ein feueres aus bleibt doch schützt achten kommt einer schützt mich gut 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 aber steck ein stecken oh gott der Typ hat drei Headshots und alter ja, komm alle Dinge ok den haben wir auch da vorne ist noch einer der steht direkt mit dem ja ok kommt rein wir haben alle erledigt nein, da hinten ist nur noch ein paar ja es kommen gleich noch mehr ja es kommen gleich noch fette Autos komm rein Carly wir springen jetzt rein alter keine alleingänge hier ansonsten steht komm, komm wieder neue rein also, komm komm immer wieder neue Leute ja komm ja, komm eines aus schnell hol, hol die warte ich versuche denn hier noch zu machen ok, jetzt liegt es an euch ich hab's äh ich brauch Cover ja, kann ich dir grad nicht geben ja, wo ist es der ist von deinem zweiten ach du, das Auto da hinten ach du, das Auto da hinten ach du, mir hast du schon äh äh ja ich muss gehen noch eins ja, ey warte warte wer kann die Katze auf den Schritt bis 18 Uhr noch machen nein ich hab' keine Markierung äh ich hab' keine Markierung doch hab' jetzt als wenn muss er wohl eigentlich keine Wagen bleiben äh ja als wenn es vier Stück gibt scheiße also bis dann ja, ich glaub' so schaffen wir das nicht nur zu zweit das werden wir aber gleich schaffen Helikopter verfolgen uns ja, klar ja Gott okay, Leute ich glaub' es jetzt ähm mein Gott, bloß, was ist mit so'ne Ruhe ja, klar und dann auch noch so einer wenn es jetzt fünf Daten sind, äh, dann äh kriegst du den Helikopter? Ne, ne so, jetzt bitte nur zwei oder eine, oder? ja, genau ja, genau ist klar ne, das ich hab' vergessen dann bis wir wieder zu viert machen aber, okay, dieser Platz ist schon leerer äh, von Leuten, oder? Ja oh, komm, wir sind zwei direkt nebeneinander warte, Vorsicht ja, fall' es ab zwei haben wir warte, ich hab' ah, jetzt hab' ich wieder meine Mikro ich komm' schon vier Minuten weil ich, ich, ich versuch' dir Cover zu geben, wenn du hier jetzt diesen Eintrag zu holtesten einhimmers Au Achtung, von da kommt einer hinter dir, ungefähr mach' mal den hinter dir den kann ich bei ihr zu so nicht beschützen ja, den da hinten siehst du den? der da ey, da bist du schon, müsste schon längst tot sein hallo ich schieße doch auf den jetzt ballast du okay, du hast ihn Lust, jetzt schnell, mach komm' ein bisschen vor genau, nicht zu weit vorne abs komm, fahr' wir zu c stell, komm' ja ja, das wird zu knapp, Leute ich versuch' schon mal den nächsten da hinten zu löschen habsch okay, gut ich versteh' schon okay achten rechts, direkt vor dir vor dir, direkt vor dir ja okay, so kriegt er dich auf jeden Fall nicht hast du's? ja hier, steck ein gleich steck ein wir können's schaffen, komm wir können's schaffen ja okay, eh eh, eh, eh wird schwer glaub' ich wo's er? da ist er ich hoffe, das war jetzt das letzte nee, das war nicht das letzte also, das war kurz, hol' sie oh, warte, der da vorne liegt noch komm, geh' raus und hol' ihn dir da hinten da, wo ich hinsprühe okay, komm schnell, 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 schnell hinter mir aha Achtung kommt von der Seite welche hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich bitte, lass' das alle gewesen sein ja komm' rein, schnell Halli, mach' Platz alter schnell, schnell, schnell schnell, schnell okay oh Gott, und jetzt müssen wir einfach dort zum Punkt bringen aber Helikopter werden uns und so vier Minuten vier Minuten okay, baller einfach so viel du kannst fahr, fahr einfach fahr ich komm' hier nicht raus, fahr okay, warte, ich muss da ich muss einstecken heil dich, heil dich, heil dich einfach nur mach' ich du wirst erstmal hier rauskommen oh Gott wir haben's aber noch nicht geschafft ja, drei Kilometer fahren okay, das wird ja, komm, wir schaffen das ja, fahr, fahr einfach nur fahren und das ist, also erklären wir das dann einfach später dass wir ein bisschen länger gemacht haben ey, danke Kalli, ey, du hast uns echt geholfen es ist mal nicht ernst jetzt bist du noch am Übergabeort, wenn jetzt ohne Probleme haben das zwei Kilometer fahren ist nicht viel aber es war sauschwer und das andere wird nicht leichter sein ja ja und Leute, ihr wart dabei ja, ihr wart dabei ich sag's zwar heute nicht mehr, das hochzuladen, aber boah mir reicht das, ich will hier einfach nur zum Abka baut ihr könnt uns nichts, alter, guck mal den Truck von hinten an, der ist vollkommen durchflöchert vorne, Alter ähm, okay, bei mir war grad die Karte weg nein, bitte nicht auszuladen, jetzt wird's nicht ey, das wär ja richtig mies ja wir müssen jetzt aufs Internet hoffen oh Gott, hier blinkt und blitzt alles fahr, einfach fahren fahr, einfach fahren ich bin grad aus jetzt hier nicht ich weiß kurz die Einstellung, ich weiß, dass du jetzt komplett rum wächst, aber herein jetzt hier, äh, fahr, ja, nach vorne oh Gott, du, Alter, wie hier alles lädt scheiße ich hab schon nein ich hab schon einen Film für das Video voll rumgeleckt verstehst du? ja, ja, okay, da sind zwei, ich glaub, wir müssen jetzt nochmal einmal kurz beschützen nein, das sind unsere Freunde ja, ja die sind blau so, haben wir's geschafft, ein bisschen abgeschlossen, bitte ja ahhh ahhh ja ja, komm, 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 komm ladfertig, 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 komm ja, mach, mach jetzt nicht, dass es will bei mir, bei mir spricht er auch jetzt, yes ja bei mir hat er schon zu Ende gesprochen gut, okay, perfekt äh, Silber, Kaligold, Platin, natürlich, ja, okay danke, Leute, fürs Zuschauen, mach's gut und tschau also, ich geh mal ach komm, man wird, äh, wird schon wieder ich dass sind ja sowas